Grüße Gott, mein Name ist Andreas Stadler vom Schülerforschungszentrum in Berchtesgaden. Wir sind hier an den Maker Days in Bad Reichenhall mit drei Themen vertreten. Zum einen mit dem Lego Digital Designer, mit dem die Schüler selbst Baupläne für Lego-Objekte zeichnen können. Zum anderen mit Lego Mindstorms Education EVA 3. Das ist ein Lego-Robotik-System, mit dem die Schüler dann Lego-Roboter bauen können, was sie hier auch fleißig getan haben. Und diese dann aber auch programmieren und bewegen. Zum Dritten machen wir mit FEMM die zweidimensionale Simulation einer Spule für die älteren Schüler, die hier vorhanden sind. Dazu möchte ich Sie jetzt ganz herzlich einladen. Hier sind wir nun beim ersten Konzept, das wir hier für die Schüler anbieten. Und zwar handelt es sich um den Lego Digital Designer. Ich habe hier ein Objekt, das ein Schüler heute erarbeitet hat. Es handelt sich hier um eine Achse, die durch einen Motor geführt wird, mit zwei Rädern versehen ist. Und hier schon Halterungselemente auch für das gesamte Fahrzeug vorhanden sind. Das hat der Schüler ganz selbstständig gebaut. Wir sind hier im Zentrum, in der Arbeitsoberfläche, haben hier links ein Menü, einen virtuellen Lego-Baukasten, der verschiedene Fächer hat. Hier haben wir zum Beispiel alle Fächer im Überblick. Wenn ich dieses Fach nochmal öffne, kann ich hier ein beliebiges Lego-Bauklötzchen rausnehmen und an, halt, jetzt haben wir es, und hier am Roboter ergänzen. Ist der Roboter dann letztendlich fertig, dann können wir die Anzeige wechseln und aus dem Aufbaumodus in den Bauanleitungsmodus wechseln. Dann generiert das Programm vollautomatisch die Bauanleitung, die man dann schrittweise durchklicken kann und sehen kann, wie dieser Roboter der Reihe nach auch gebaut wird. Diese Bauanleitung lässt sich natürlich auch ausdrucken und dann in Papierform für weitere Zwecke verwenden. Gut, dies war dieses erste Konzept, das wir den Schülern hier anbieten. Das zweite Konzept, das wir anbieten, ist die Lego Mindstorms Education EV3-Version. Hier bauen die Schüler einen Roboter, zum Beispiel wie dieser hier, der dann fahren kann und ein Lego-Bauklötzchen in seiner Position verschieben kann. Versieht man diesen Roboter dann mit Augen, wie hier mit diesem Ultraschallsensor, dann kann dieser Roboter auch sehen. Dieser sehende Roboter dann bekommt ein Programm, das wir hier zum Beispiel sehen. In diesem Programm startet man hier wie bei einem MP3-Player. Danach wird dieses Programm sequentiell abgearbeitet. Man tritt in diese beiden Schleifen ein. Der Roboter fährt geradeaus unbegrenzt, bis die Abbruchbedingung dieser Schleife eben sagt, dass der Ultraschallsensor, ich zeige Ihnen nochmal hier, eben einen Abstand von 50 cm bis zu einer Wand erkannt hat. Unterschreitet er diese Distanz, wendet der Roboter und ändert die Richtung und beginnt dann in einer anderen Richtung wieder geradeaus zu fahren, bis er wieder irgendwo näher als 50 cm ist. Er fährt also wie so ein Rasenmäher-Roboter oder wie ein Staubsauger-Roboter durch den gesamten Raum. Die Schüler haben sowas schon gebaut, sind aber heute auch schon viel weiter gekommen. Jetzt würde ich die Kamera bitten zu schwenken, denn hier sehen wir schon ein angefangenes Projekt. Da handelt es sich um einen größeren Roboter, der Lego-Steinchen nach der Farbe sortiert. Etwas sehr Praktisches, worauf auch die Eltern sehr erpicht sein dürften, denn wer kennt es nicht, das Problem, dass die Kinder am Abend die Lego-Bauklötzchen einfach nicht aufräumen wollen. Dieser Roboter trägt dazu bei, dass die Lego-Bauklötzchen zum Beispiel farblich sortiert werden. Er ist noch nicht ganz fertig, der wird dann morgen früh fertiggestellt und dann wird auch die Programmierung für diesen Roboter durchgeführt. Gut, dies wäre es jetzt zum zweiten Thema, das wir den Schülern hier in den Maker Days im Bad Reichen Hall anbieten. Das ist unser Farbsortierer. Als erstes tun wir unsere Lego-Stecke rein. Der Lichtsensor erkennt, welche Farbe das ist und tut dann die Lego-Stecke in die verschiedenen Fächer. Und jetzt zeige ich dir mal, wo es geht. Beim dritten Thema handelt es sich um die Fächer. F-M-Simulationen. Auch hier handelt es sich um Freeware, wie bei den anderen Programmen auch. Alle beiden anderen Programme waren auch Freeware. Bei dieser Simulation handelt es sich um ein typisches physikalisches Thema. Wir haben hier eine Spule, die zylinderförmig aufgebaut ist mit einem Hohlkern innen. Von dieser Spule betrachten wir einen Querschnitt und auch nur eine Hälfte der Spule. Dieser Bereich wird dann in eine Simulationsumgebung eingebettet. Und das ist exakt das, was wir hier sehen. Wir sehen hier den rechten Teil der Spule im Querschnitt, eingebettet in eine Simulationsumgebung. Dies war mithilfe eines implementierten CAD-Programms zu zeichnen. Dann war den bestimmten Bereichen, wie hier zum Beispiel der Spule, zuzuordnen, was für ein Material es ist und welche weiteren physikalischen Eigenschaften die Spule aufweist. Für den Außenraum war festzulegen, dass es sich hier um Luft handelt. Außerdem waren für diese blauen Linien auch die Randbedingungen festzulegen und abschließend dann noch ein Mesh, sagt man, ein Netz, dieses gelbe Netz, über den gesamten Simulationsbereich zu legen. Man kann dann die Simulation durchführen und erhält als Ausgabe diese Darstellung, die uns dann zeigt, zum einen in schwarz die Feldlinien, die bei dieser Spule auftreten und dann farblich abgestuft auch die Intensität des Feldes, also die Höhe der jeweiligen Feldstärken. Hier lassen sich dann noch Schnitte in diesen zweidimensionalen Simulationen durchführen, sodass wir dann die Feldstärke auch als Funktion der Distanz betrachten können. Es lassen sich noch für jeden Punkt in dieser Grafik auch die physikalischen Werte errechnen und damit mit diesem Simulationstool letztendlich auch die Abstimmung für praktische Experimente vergleichsweise kostengünstig durchführen. Das war jetzt das dritte Angebot an die Schüler, an die älteren Schüler hier am Maker Day, an den Maker Days in Bad Reichenhall. Also fassen wir es zusammen. Wir hatten die drei Elemente, den Lego Digital Designer, das Lego Mindstorms Education EV3 System für den Roboter und dessen Programmierung und die FMM-Simulationen für die zweidimensionale Darstellung einer Spule. Alle drei Konzepte beruhen auf Freeware. Es gibt für alle drei Konzepte kostenlose Programme aus dem Internet zum Downloaden. Alle drei Konzepte eignen sich sowohl für Klassenkurse als auch für Aktionsgruppen. Sie sind natürlich mit entsprechenden Unterrichtsskripten, die vorab zu fertigen sind, vorzubereiten, aber durchaus für Schüler von 10. Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr anwendbar. Die FMM-Simulationen für die Spule würde ich allerdings erst für die Älteren zulassen, das heißt 14 Jahre aufwärts etwa im Unterricht dann auch mit einbetten. Abgesehen von der Software, die Freeware ist, kommen für Kurse nur Kosten im Rahmen dieser Lego Roboter zu tragen, die sich im Rahmen von etwa 300 Euro pro Stück befinden. Die Konzepte an und für sich sind sehr zukunftsweisend. Alle drei Konzepte, sowohl dieses CAD-Tool für den Lego Digital Designer, um Baupläne zu zeichnen, als auch die Programmierung von Robotern, wie auch die Simulation von physikalischen Experimenten. Diese sind im Lehrplan nur bedingt enthalten, werden aber für Universitäten oder das Alltagsleben zwingend gebraucht, werden also auch in Zukunft sicher in Lehrplänen zu berücksichtigen sein und derzeit auch in Aktionsgruppen stark frequentiert. Wir am Schülerforschungszentrum bieten hierzu zu allen drei Konzepten Kurse an, die jederzeit gebucht werden können. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich danke für die Aufmerksamkeit.